Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Ja, ihr hört es gerade im Hintergrund. Mein Freund der DreamTex ist anwesend. Schön, dass du dabei bist. Jo, hallo. Wie geht's? Wie steht's? Er zockt... äh... was zockst du? Assassin's Creed 4, gell? Richtig. Ja. Haben wir schon ausgemacht. Irgendwann demnächst wird er bei uns mal hier mitmischen ein bisschen. Und ich komme schon wieder nicht in die Lobby rein. Was soll das? Tja. Ich hasse das. Ich hasse es so ab... so tiefgründig. Zeugs. Ja, ich komme wieder einmal nicht in die Lobby rein. Ja, schön. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht so fun. Hat ich aber auch mal. Ich verstehe das nicht, warum. Er tut alles qualif- Ah, jetzt ist was. Ja! So, Jemen. Äh, die Chancen stehen sehr schlecht. Äh... So. Mehr Spieler für Teamausgleiche. Es sind alle Spieler voll, du Hirn. Was ein Bug vom Spiel. Er sagt, mehr Spieler für Teamausgleiche forderlich. Ah, jetzt geht's. So. Na, Leute, bleibt doch drinnen. Ja, jetzt geht's. Hm. Wird lustig, wenn du das nächste Mal dann dabei bist. Ja, ja. Wenn wir die so durch... so... Ja, da. ...auseinandernehmen, die ist dicke. Stimmt. Ich hab schon so lange nicht mehr gezockt. Ich auch nicht, aber... Pfff, wen juckt's. Yeah, Team Deathmatch. Was erledigen? Du machst ja mal Gravid aus davon. Ja, ein paar, aber... Alle zwei Tage halt. Ja, dann... Ja, Kill Nummer 1. Jetzt nicht irgendwie... Wo läuft der nächste Babo? Hallo! Keiner da. Ach, schade. Da war ich zu langsam. Hö, Granate! Welche Map spielst du? Äh, Jemen. Äh... Was ist das nochmal? Bei den Baumwollpflückern. In so einer Ruinenstadt. Ach ja. Ach ja. Ich hoffe, es wird sich jetzt keiner diskriminiert. Verdammt. Na, verdammt. Fuck! Nein! Der Arsch mit seinem... Ah, Mann. Was hätte ich... Ich hätte... Warum hab ich die Granate nicht geworfen? Wo hab ich die? Nein! Du schon wieder! Nein! Geh weg! Ha, Spast! Diesmal hab ich ihn gekriegt. Hier rennt so ein Arsch mit Schild und Tomahawk herum. Den kriegst du nicht. Tja. Weißt du, und dann wirft er eine Blendgranate, dann kannst du dich nicht bewegen. Und in der Zeit killt der Sack dich. Nein! Da hat er mich erwischt. Ja, natürlich. Hey, warum hab ich keinen Assist bekommen? Wat? Nein! Wir haben die Führung übernommen. Wechsel das Magazin! Magazinwechsel. Nein! Nicht schon wieder. Sag mal was, man hört nix von dir. Ähm, ähm, ja. Du bist schlecht. Verdammt! Ja, okay, das weiß die Community mittlerweile. Was ich so von? Hä? Ja, was ich so von dir jetzt höre. Ja, passiert! Komm, ich hab eben zwei Stunden die Pony aufgenommen. Da muss man sich konzentrieren. Ich bin doch auch nur ein Prophet. Ich kann da auch nicht zaubern. Ich hasse das. Entweder siehst du stundenlang keine Sau hier durch die Map geiern. Dann siehst du einen und dann kommt 20 um die Ecke. Nicht nur einer, zugleich 20. Und dann stirbst du mal wieder. Oh ja. Verdammt! Na! Der Drecksack! Von hinten, zwei Stück. Ich glaub, die haben mich vergewaltigt. Alter! Ich muss noch mal gucken auf der Steuerung, wo meine Granaten sind. Das geht ja gar nicht. Uiuiui. Wah! Hey! Wo ist er? Nein! Fuck. Ups. Mal bin ich hier, mal bin ich dort. Man hört dauernd irgendwelche Sniper hier um die Gegend rum schießen. Man findet sie nicht. Oh, gleich findest du sie. Wenn du so bist. Ah, toll. Bringt mir das was? Nein. Nö. Natürlich schon wieder gleich zwei. Alter, ich renne bald nur noch mit der Panzerfaust hier rum. Das bringt dann was. Wieder einmal eine so beschissene Runde. Könnte ich bald bei mir als Tradition hinsetzen. Ach, geh doch hoch. Let's springen. Hallo. Warum ist denn das Spiel... Uah, ei, 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 ei. Ah, jetzt kam er von hinten. Wieder so ein Dricksack mit Schild. Alter, ich könnte die so einfach mal so dermaßen umringen. Tja. Aber ich geht nicht, weil die so ein scheiß Schild haben. Du musst irgendwie so hinter die kommen oder an die Seite, dass du halt neben deren Schild kommst. Ja, das Problem ist, würden die mich hinterm Schild nicht sehen, wäre es einfacher. Ja. Dann wäre das Spiel um einigermaßen einfacher. Leergeschossen. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Das wird nichts. Los doch. Warum hat mein Charakter eine Flasche Wein in der Hand? Vielleicht halt in der Depression und will sich die wegtrinken. Der ist echt total besoffen. Ich bin aber gerade im Lager gegangen. Waaah, ja, 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 ja. Ah, dankeschön. Ich bin total besoffen, Lager bitte. Ist das nicht Standard bei dir? Ja. Ah, jetzt komm mit der Arsch da oben rum. Das sind einfach so Cheater. Ei, ei, ei. Und ich kann nichts dagegen tun. Na los, na los. Wir haben eh gleich verloren. Ah. Oh, toll, mit dem Geschütz. Ja, und wir haben verloren. Fuck. Agenten, Missionsprofil wurde nicht erfüllt. Hm. Ja, ist nicht so geil, ne? Oh, ich war doch nicht der Schlechteste. Yay. Ist ein kleiner Trostpreis. Boah, Alter. Ich hab einfach... Ich hab keine Lust mehr zum Aufnehmen. Ich hab einfach auf. So, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst. Und das nächste Mal bist du hoffentlich... Gerne. Im Game. Im Game. Ja. Ich hoffe auch. Mal schauen. Gut, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Heyho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Kritik und so eine ganze Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freue mich über deinen Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.